Naomi sieht heiß aus. Das umwerfende Supermodel sah toll aus in dem sexy Bikini, als sie am Strand in Mabea in Spanien auftauchte. Sie zeigte ihre fantastische schlanke Figur und spazierte mit Freunden am Strand entlang, um nachher in der Sonne zu entspannen. Während Campbell sich eine kleine Auszeit nahm, machte die 43-Jährige aber trotzdem Yoga, um fit zu bleiben und ihre durchtrainierte Figur zu erhalten. Das Model trennte sich vor kurzem nach fünf Jahren von ihrem Freund, dem russischen Businessman, Wladimir Doroin. Aber trotz ihrer privaten Probleme sah sie glücklich aus in dem entspannenden Urlaub. Und Naomi nutzte den Strand, um Supermodel-mäßig ihre Vorzüge zu präsentieren.